Vielseitigkeit ist wirklich die Krone des Reitsports und das aus gutem Grund, weil wir können nicht alles nur ein bisschen, sondern wir können alles mit einem Pferd. Ich bin Vielseitigkeitsreiterin, ich mache Social Media und berichte sozusagen jeden Tag über meine Pferde, das was ich mache, über den Sport vor allen Dingen. Ich will halt noch mehr Leute davon begeistern, Vielseitigkeit zu mögen, überhaupt zu kennen. Viele kennen es ja gar nicht. Und ja, dadurch bin ich auch auf großen Events unterwegs als Berichterstatterin und alles mache ich eigentlich für diesen Sport, weil ich es so sehr liebe mitzumachen, dabei zu sein und halt auch selber zu reiten. Ich habe im Moment zwei Sportpferde im Stall, das ist einmal Nessie oder auch Nessie Airlines genannt. Sie ist echt was ganz Besonderes. Es hat lange gedauert, bis wir komplett so zueinander gefunden haben, aber seitdem es klappt, sind wir beide so über uns hinausgewachsen und das ist immer wieder so ein tolles Gefühl. Und dann gibt es noch den kleinen Kasper. Der ist erst fünf Jahre alt, aber der wächst in alles so hinein und ich glaube, das wird ein richtiger Kracher. Das Besondere daran ist, dass man mit dem Pferd eine Partnerschaft eingeht und die muss so gefestigt sein, dass das Pferd sich eben traut, in jedes Wasser reinzuspringen, über jeden Graben, auch in unbekannte Gebiete. Und da ist schon ein sehr, sehr großes Vertrauen notwendig und das macht es so besonders, weil man so eins wird mit dem Pferd. Ich bin Juliane Barth, aka Julis Eventa und ich bin Vielseitigkeitsreiterin und mach das aus Leidenschaft.